so ich kann die beiden schon rufen ich dachte du stirbst jetzt ich hab's eigentlich auch gedacht tatsächlich aber bevor du weiter gehst dann ruhig die beiden mal her oder er bitte weil ich bin hier schon im extraktionspunkt ja falls der pelter zufällig bei dir sein sollte versuchte ich mit granaten selbst zu können das ist jetzt bei mir natürlich dann versucht schnell zu sterben durch was war das war sein plan und jetzt kommen wir alles gut ist alles gut hast du den gerufen ja ja das ist doch der punkt war wieder aus wollte ja du solltest warten auf uns älter das war ein bereich da stand 20 meter abstand ja nein wir schaffen es nie zu der station wieso das sind 300 meter ja da ist schon fast ausgelaufen ja so jetzt ist der heli da und jetzt haben wir noch eine gewisse kurze zeit das sieht man an den grünen balken bis der abfliegt dazu bin ich so ein klarer aus der nicht laufen kann willkommen in meiner welt ja das ist ein bereich du sollst nicht in die nähe gehen ich habe gesagt warte nein 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 ich krieg's dann erwarte auf mich ja ja ich gehe schon mal zum heli